Herzlich Willkommen zu einem neuen Video, meine Freunde. Ich habe heute die absolut richtige Kerntemperatur, um dieses Video hier aufzunehmen. Denn heute geht es ums Thema Zunehmen. Ich hoffe, du bist hier nicht das erste Mal auf meinem Kanal. Ich beschäftige mich nur mit dem Thema Zunehmen. Mein Name ist Philipp Baum. Heute mal ein ganz anderes Intro, ein bisschen schneller, ein bisschen energetischer. Ich habe richtig Laune auf dieses Video. Denn wir sprechen heute dir mal ganz tief ins Gewissen, ganz, ganz tief in dein kleines Köpfchen rein. Ich habe eben ein Bild gepostet mit Vorher-Nachher-Vergleich. Da hat eine Person 10 Kilogramm zugenommen in drei Monaten. Wirklich nichts Spektakuläres. Und das sage ich so, wie es ist. Da draußen gibt es Leute, die nehmen in dieser Zeit 15 Kilogramm zu. Da draußen gibt es auch Leute, die nehmen in dieser Zeit 3 Kilogramm zu. Und auch das ist ein geiles Ergebnis. Das, was aber stört, ist, dass die Leute kommentieren, boah, das muss gefaked sein. Ich kriege Nachrichten, da schreibt mir jemand, oh nee, das kann auf keinen Fall stimmen. Ich bin jetzt 40 Jahre alt und ich habe das immer noch nicht geschafft. Du bist lost. Du bist einfach völlig verloren. Und ich weiß, dass dieses Video wahrscheinlich komplett random sein wird. Mein Cutter wird wahrscheinlich auch ausflippen. Wo soll er hier Cuts setzen? Wahrscheinlich brauchst du fast keine Cuts. Ich möchte dir ans Gewissen sprechen. Wenn du seit Monaten, seit Jahren auf dem gleichen Gewicht rumstehst und dich unwohl fühlst, denn das ist der springende Punkt. Ich selbst bin auch seit zwei Jahren bei 83 Kilo auf 1,83 Meter. Und ich fühle mich wohl. Ich baue langfristig ein bisschen Muskeln auf, ein bisschen Fett weiter ab. Ich fühle mich wohl damit. Wenn du dich aber unwohl fühlst, dann bitte, 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 wach auf. Es ist nicht normal, dass du Monate und Jahre auf der Stelle rumtrittst und dich unwohl fühlst. Dass du Monate und Jahre darüber nachdenkst, mal endlich was zu starten, Monate und Jahre damit verbringst, irgendwie dir Sachen zu recherchieren, Videos wie diese hier zu gucken, auf meinem Kanal zu hängen, vielleicht auch auf Instagram oder auf Facebook irgendwie zu hängen, um dir Sachen reinzuziehen von anderen Leuten, und dich daran irgendwie hochziehen zu wollen und selber nicht in die Umsetzung zu kommen. Zunehmen ist nicht schwer. Wenn du einmal verstanden hast, worum es geht beim Thema Zunehmen, und da meine ich nicht irgendwie einen Kalorienüberschuss, das ist klar, da kannst du einen großen Haken dran machen. Ich meine auch nicht, dass du sagst, boah, ich brauche jetzt unbedingt irgendwie einen Shake oder so. Das kann man auch nutzen, sonst würde ich euch das ja nicht bereitstellen und sagen, hier, kauf mein Shakebuch, ja, sondern es kommt auf mehr an, es kommt auf das Gesamte an, es kommt darauf an, dass du das Ganze mal umsetzt und dann kannst du das genauso schaffen. Ja, jetzt kommen die anderen, die wieder runterschreiben, es gibt auch Krankheiten, die das Ganze irgendwo bedingt irgendwie schwerer machen und so, hör auf zu heulen. In 5%, von mir aus in 10% der Fällen ist es irgendwo krankheitsbedingt. Wenn du psychische Probleme hast, dann kann das sein, dass du da irgendwo Schwierigkeiten hast, in die Umsetzung zu kommen und so weiter und so fort, alles easy. Aber die meisten von euch, und ich wette, dass du dazu gehörst, ihr steht seit Jahren auf derselben Stelle und ihr kommt nicht voran. Ihr macht seit Jahren den gleichen Fehler, obwohl ihr eigentlich wisst, dass es eben ein Fehler ist. Wach bitte auf, es ist ein Fehler, auf der Stelle zu stehen. Ich habe eben diese Nachricht gelesen und musste erst mal schlucken. Habe wirklich überlegt, soll ich da jetzt antworten? Soll ich mir jetzt wirklich die Zeit nehmen, um irgend so einen Loser, ja, sorry, dass ich das sagen muss, aber irgend so eine verlorene Person irgendwo wach zu rütteln? Wenn du seit Monaten und Jahren auf derselben Stelle stehst und nicht bereit bist, mal einen anderen Weg zu gehen, du machst immer wieder den gleichen Fehler, das kann nicht funktionieren. Wenn wir einfach mal zurück uns erinnern, das Ding kann jeder jetzt greifen. Als Kind seid ihr mal irgendwie die Couch runtergefallen, vom Sessel runtergefallen. Ihr seid doch nicht 28 Mal danach immer noch da runtergefallen. Ihr fallt da einmal runter, ihr fallt da zweimal runter und irgendwann checkt ihr, okay, ihr müsst da rückwärts runtergehen und ihr fallt eben nicht mehr auf die Nase. Und auf einmal habt ihr keine Schmerzen mehr. Nichts anderes ist das im Alter auch. Wenn ihr in einem fortgeschrittenen Alter seid, was wir jetzt ja alle irgendwie sind, ich bin Mitte, Ende 20, bei mir sollte das schon lange angekommen sein, wenn du Anfang 20 bist, selbst bei dir sollte das schon lange angekommen sein. Bei allen Leuten, die irgendwie älter sind, da muss das schon seit 10, 20, 30 Jahren angekommen sein. Wenn ihr immer wieder die gleichen Fehler macht und ihr lauft immer wieder vor die gleiche Glastür, dann kann das nicht funktionieren. Dann solltet ihr vielleicht einfach mal bereit dazu sein, mal was zu ändern, vielleicht mal einen Coach zu nehmen an dieser Stelle. Ja, das gibt ja auch immer wieder Leute, die sagen, oh, das funktioniert nicht. So ein Coaching-Blödsinn brauche ich nicht. Wenn du immer noch an der gleichen Stelle stehst und wenn du immer noch Probleme hast mit deinem Gewicht, wenn du immer noch Probleme hast in Mathematik, ja, wenn du, egal, wenn du immer noch Probleme hast, deinen Führerschein zu machen, dann versuch doch bitte mal von außen Hilfe anzunehmen. Nimm dir jemanden, der da Plan von hat und halt dich einfach mal an den Plan, den wir dir gibt. Ja, du brauchst nicht unbedingt einen Ernährungsplan, du brauchst nicht unbedingt meinen Plan, den brauchst du nicht. Aber nimm doch mal was anderes von außen an und versuch das für dich umzusetzen, wenn du immer noch da stehst, wo du seit Monaten und Jahren stehst. Diese Person, die da eben kommentiert hat, die ist seit Monaten und Jahren dabei. Und schreib Real Talk unten drunter, dass das nicht sein kann. Da sind Sachen gefakt. Seid ihr eigentlich völlig Banane? In meinem Büro stehen 50 Vor- und Nachher Bilder rum. Ich habe es mal umgezählt, ich glaube 45 mittlerweile. Ich habe nicht alle ausgedruckt. Da sind doch ganz viele, die liegen so rum, haben noch keinen Rahmen. Das wird schon irgendwo funktionieren. Das wird schon irgendwo Hand und Fuß haben. Beziehungsweise es werden Leute da sein, die das Ganze schaffen. Weshalb solltest du das denn nicht schaffen? Bitte wach auf. Ich habe wirklich gerade einfach die richtige Temperatur abgedacht. Komm, mach das scheiß Ding jetzt an. Quatsch eben ein bisschen in die Kamera und weck die Leute ein bisschen auf. Bitte wach auf. Du musst was ändern. Wenn es aktuell nicht funktioniert mit dem Weg, den du da eingeschlagen hast, dann ist es der falsche Weg. Wenn du sagst, okay, ich probiere das jetzt mal aus. Es gibt ja auch immer wieder Leute, mit denen telefoniere ich. Und dann ist auch alles gut. Und wir nähern uns an. Wir gucken, dass wir irgendwo den richtigen Weg zusammen einschlagen. Und am Ende des Tages sagen sie, ja, ich versuche das lieber nochmal alleine. Wenn du mich nicht magst, dann ist das cool für mich. Alles easy. Wenn du sagst, du willst nicht dabei sein und du brauchst die Hilfe nicht und du möchtest nicht endlich was umsetzen, dann mach es mit wem anders. Das ist mir auch wurscht. Aber mach bitte was. Mach bitte was. Bitte. Das kann nicht sein, wenn hunderte Leute vor dir ein Ziel erreicht haben. Wenn hunderte Leute vor dir, tausende, Millionen Leute vor dir haben zugenommen. Millionen. Ja, also eine ganz, ganz große Zahl. Du kannst es genauso schaffen. Hör auf, dir einzureden. Dass das, was du aktuell tust, gut ist. Wenn du keine Ziele erreichst, hör auf, dir einzureden. Dass das, was du bisher machst, schon das Richtige ist. Wenn du nicht vorankommst, macht absolut keinen Sinn, versuch einen neuen Weg einzuschlagen. Dieser Weg kann egal wie aussehen. Wenn du bisher nie ein Buch gelesen hast, kann es sein, dass du ein Buch lesen solltest. Wenn du noch nie einen Coach hattest, kann es sein, einen Coach zu nehmen. Egal was. Hauptsache, du realisierst mal, dass hunderte, tausende, Millionen Leute vor dir was geschafft haben, was du dann auch easy erreichen kannst. Nur eine Person vor dir was geschafft hat, dann kannst du es auch erreichen. Das ist wie mit irgendwelchen Spitzensportlern, wo neue Rekorde aufgestellt werden. Im nächsten Jahr machen diesen Rekord 10, 20, 30 Leute nach. Genauso ist es hier auch. Leute haben vor dir zugenommen, bitte hör auf, dir einzureden, dass du nicht zunehmen kannst. Leute haben vor dir auf mich gesetzt, das hat funktioniert. Also bitte hör auf, dir einzureden, dass das alles Quatsch ist. Egal in welcher Lebenssituation du gerade steckst, egal was für ein Problem du lösen möchtest, bitte hör auf, rumzuheulen. Hör auf, dir einzureden, dass du alles weißt. Hör auf, dir einzureden, dass das, was du machst, gut ist. Und fang einfach mal an, ein bisschen neue Wege zu gehen. Ich hoffe, dass dieser kleine Rage hier an dieser Stelle, dir ein bisschen weitergeholfen hat, die nächsten Videos werden wieder ruhiger. Ich habe mich jetzt ein bisschen abreagiert, vielleicht mache ich noch 2, 3 TikToks, weil ich gerade wirklich Temperatur habe. Und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Ich wünsche dir alles, alles Gute. Unterhalb verlinkt ist ganz wichtig an dieser Stelle, dein kostenloses Erstgespräch. Trag dich da ein, lass uns sprechen, lass uns prüfen, wo du stehst, wo du hin willst, ob das realistisch ist, was du mitbringen musst, wie viel Zeit du dafür brauchst. Und ich kann dir versprechen, in 90% der Fälle wirst du das hinbekommen können. Schreib mir eine Nachricht, komm ins Erstgespräch. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Dein Philipp. Ciao. Wir sehen uns im nächsten Video.